Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juni 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Genießt gleich das erste Wochenende im Juni, da ist Liebesgöttin Venus eingebettet in wunderschöne Romantikaspekte und all das steht super zu eurem Sternzeichen. Danach wird der Monat etwas durchwachsen, bietet aber trotzdem auch viel Genuss und Geselligkeit für euch. Das schauen wir uns gleich näher an. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichenhoroskopen nicht eingehen kann, dann bin ich für eine persönliche Beratung gerne für euch da. Wie ihr mich erreicht, dazu findet ihr alle Infos unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Ganz spannend ist für euch meine Verlosung diesen Monat. Da gibt es nämlich eine Uranusberatung zu gewinnen und das ist von großem Interesse für euch, denn Uranus ist ja der große Veränderer unter den Planeten und der geht in den kommenden Jahren durch euer Zeichen und lässt den Wind des Wandels durch euer Horoskop wehen. So heißt auch mein neues Special über Uranus im Stier, Wind des Wandels, das solltet ihr euch unbedingt anschauen und dazu gibt es auch wieder eine Sonderaktion mit einer speziellen Uranusberatung. Mit etwas Glück könnt ihr die Beratung aber auch in der Verlosung gewinnen und wie ihr daran teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Kommen wir jetzt zu den Konstellationen im Juni. Euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, diese Informationen, die findet ihr in meinem ausführlichen Jahresoskop und das gibt es als Video und ihr könnt es auch in meinem Buch nachlesen. Am ersten Juni-Wochenende fühlt sich die Venus, eure Herrscherin, noch sehr wohl. Hier seht ihr, wie sie von Glücksplanet Jupiter und Romantikplanet Neptun in einen Harmonieaspekt eingebettet ist. Das verspricht schöne Zeiten in der Liebe, romantische Momente, gute Gespräche, auch mit Freunden und ganz allgemein eine schöne Energie für euch. Die Geburtstagskinder vom 20. und 21. Mai spüren vielleicht schon die Aufbruchstimmung, die Uranus mit sich bringt. Ansonsten ist einfach nur genießen angesagt. Ab dem 4. Juni wird dann die Venus eine Reihe von schwierigen Aspekten bilden, die mit Unstimmigkeiten einhergehen können. Besonders zwischen dem 5. und dem 8. Juni solltet ihr eventuelle Beziehungsprobleme lieber nicht ansprechen. Am 13. Juni haben wir den Neumond im Zeichen Zwillinge und am selben Tag wechselt die Venus in den Löwen und der Merkur geht in den Krebs. Das ist eine spürbare Veränderung der Energie. Geselligkeit und Feiern stehen unter guten Sternen und bestimmt bekommt ihr viele Einladungen. Aber die Menschen sind sehr empfindlich gegenüber kritischen Bemerkungen oder Beschwerden. Sogar Verbesserungsvorschläge und Anregungen können beim Gegenüber negative Gefühle auslösen. Denkt immer an den schönen Spruch, Ratschläge sind auch Schläge. Am besten kommt ihr in der zweiten Junihälfte mit den Leuten aus, wenn ihr euch auf das Vergnügen und gesellige Aktivitäten konzentriert und über alles Kritische großzügig hinweg seht. Bei euch könnte es zum Beispiel auch Diskussionen um das Geld geben oder darum, wie das Verhalten eures Partners oder eures Gegenübers euer eigenes Selbstwertgefühl beeinflusst. Ich rate euch, über solche Sachen im Stillen nachzudenken und zu meditieren und Erkenntnisse zu gewinnen, aber nicht darüber zu reden, wenn das Thema problematisch ist. Im Juli stehen die Sterne viel besser, um heikle Themen verständnisvoll zu besprechen. Im Juni ist die Gefahr größer, dass jemand beleidigt ist oder sich persönlich getroffen fühlt. Zum Feiern oder für gesellige Aktivitäten sind die Zeiten dagegen gut. Besonders der 15. und 16. sind für euch zwei schöne Tage. Wenn ihr da zu einer Party eingeladen seid, geht hin oder ladet selbst nette Leute ein. Bald danach baut sich eine prickelnde kosmische Spannung mit der Venus auf und die spürt ihr bestimmt auch. Stier Singles wird das sehr zum Flirten anregen. Den Höhepunkt erreicht diese erotische Spannung zur Sommer-Sonnenwende und die ist am 21. Juni um genau 12.07 Uhr. Dann geht die Sonne ins Zeichen Krebs. Und diese Konstellation könnt ihr hier sehen zwischen Venus und Mars. Die läutet einen super heißen Liebessommer ein. Und die Liebessterne können auch euer Leben ganz schön aufwirbeln. Ich habe das in meinem Jahreshoroskop schon ausführlich beschrieben. Das könnt ihr in meinem Buch nochmal nachlesen oder im Video anschauen. Besonders die erste Dekade der Stiergeborenen dürfte die Zeit rund um die Sommer-Sonnenwende als sehr unruhig und aufregend empfinden. Je nachdem, ob ihr Single seid und frei seid, kann das natürlich sehr angenehm sein und sehr prickelnd. Aber wenn ihr Bindungen und Verpflichtungen habt, dann wünscht ihr euch möglicherweise mehr persönliche Freiheit oder seid vielleicht sogar bereit, in Beziehungen ein Risiko einzugehen. Ich würde euch raten, stets nach dem Motto zu handeln. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Auch wenn eine Begegnung wirklich etwas Besonderes ist oder ihr das Gefühl habt, einen Seelenpartner gefunden zu haben, wartet erstmal ab. Die ganze Sache kann ein rechtes Hin und Her werden, weil nämlich erst der Mars rückläufig wird und später im Herbst auch noch die Venus und beides in Spannung zu eurer Sonne. Das bedeutet, eine neue Liebe oder ein Flirt kann euch bis zum Herbst in Atem halten, ehe ihr wisst, wo die Reise wirklich hingeht. Wenn ihr gebunden seid, kann auch ein Verflossener oder eine Verflossene auftauchen und das kann euch aufwühlen. Eigentlich ist es typisch, dass sich der Stier nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Aber in diesem Sommer wird das nicht immer so einfach werden. Das Beste ist, erstmal abzuwarten und keine voreiligen Entscheidungen zu treffen. Die Rückläufigkeitsphase des Mars beginnt in der Nacht zum 27. Juni und dauert bis Ende August und das betrifft vor allem die erste Dekade der Stiergeborenen. Die werden bemerken, dass vor allem berufliche wichtige Angelegenheiten ins Stocken geraten oder dass sie mit ihren Karriereplänen nicht so recht weiterkommen. Versucht nicht, etwas zu erzwingen. Am besten geht es mit Geduld und Hartnäckigkeit. Und lasst euch nicht provozieren von Leuten, die euch scheinbar Steine in den Weg legen. Die meinen das wahrscheinlich gar nicht so und haben vielleicht selbst so ihre Probleme. Denn der rückläufige Mars ist für fast alle schwierig. Ganz besonders die Wassermanngeborenen, Löwen und Skorpione und eben auch euer eigenes Zeichen sind davon betroffen und sollten es langsam angehen lassen. Ab September kommen die Dinge wieder in Gang. Es lohnt sich also nicht, sich aufzuregen oder Druck auszuüben. Am entspanntesten werden die Sommermonate wahrscheinlich für die Stiergeborenen der zweiten Dekade. Es sei denn, sie haben andere Positionen im Horoskop, die schwierige Spannungen empfangen. Diese Feinheiten können wir eben nur in einer persönlichen Beratung klären. Im Juli versprechen die Sterne wieder mehr Harmonie für alle Stiergeborenen. Das waren eure Konstellationen im Juni. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebes- oder Finanzsituation entwickelt, dann könnt ihr euch gerne für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Dann könnt ihr mir wieder eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel nutzen, um zu erfahren, wo der Wind des Wandels mit Uranus durch euer Leben weht. In dem Zusammenhang ist auch diesmal meine Verlosung. Da gibt es nämlich eine Uranus-Beratung zu gewinnen. Und darin erfahrt ihr, welche aufregenden Veränderungen mit Uranus für euer Leben anstehen. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch unbedingt mein Special über Uranus an, Wind des Wandels. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch meine Videos über Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.